Weil so wenig passiert ist, bin ich einfach so wahnsinnig gewonnen, dass ich einfach dachte, Vic macht zu den größten Impostum einfach. Ach nö, schon wieder. Das kann doch nicht. Das kann doch nicht. Ich will nicht mehr. Ich will nicht schon wieder Impostum sein. Jetzt mit Vic. Erst mit Lenny und dann mit Vic. Ich mag nicht. Ich geh jetzt hier. Ich geh jetzt hier. Ach, komm. Wieder an der Seelenstille. Mann, was ist denn jetzt schon wieder los? Okay. Leider hab ich es nicht gesehen, aber da geht das jemand weg. Was ist dein Gott? Bergy. Äh, wohin? Wieso gehe ich jetzt schon wieder? Vor Navigation in den oberen Vent, aber ich weiß nicht, woher. Ja, da bist du noch reingesprungen. Na, wie kommst denn du jetzt da wieder drauf? Bergy. Ich war das. Also, Charlie war es nicht. Wieso soll ich das jetzt schon wieder sein? Als ob ich jetzt schon... Das war ein Scherz. Wo ist die Leicht noch mal? In Navigation und der Killer ist gerade hochgewindet, aber ich konnte nicht mehr sehen, wer es war. Geil. Ich bin auf der linken Seite. In Navigation? In Navigation wurde das... wurde getötet. Oh ja, noch mal mit mir, ne? Ähm, Sari war noch kurz durchgelacht, wurde reingekommen. Ich bin von links. Du kannst es auch nicht sein. Du hattest ganz am Anfang mit Vic und hast, glaube ich, da nicht getötet. Wait, was hast du gesagt, Sari? Ich kam von links. Ich hab meinen Download in Cafeteria gehabt und Müll. Ich hab gerade verstanden, du wärst links, aber da war ich halt alleine. Nee, nee, da war ich nicht. Nee, nee. Und ich glaube, Vic, Gysi und Anno können sich abholen. Die standen nämlich alle an Weapons Strand. Genau. Ja, ich war ja mit dabei. Und ich stand da oben am Domlob, bin runtergegangen, Navigation, wo ich eine Task habe und da hab ich halt einen Kill gesehen und jemanden, aber ich hab die Farbe nicht mehr gesehen. Warte, können wir per Ausschlussverfahren gucken, wer es ist? Also, nehmen wir mal an, ihr glaubt mir, dass ich links war. So, wer stand jetzt an Weapons? Ähm, Anno, Sari, ich. Anno, Sari, ich. Gysi auch noch. Gysi auch. Gysi. Ja, Gysi, ich war, hab Meteorien abgeballert. Okay. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, ich hab auch Kenny hier noch runtergelegen. Da war's. Ja, da war's. Dann bleiben halt nur Zwerge und Skybreaker übrig, mal wieder. Pennywanz kann's doch auch sein. Hä, Lenny und du können's auch sein, Charlie. Warum ist... Schnell? Warum? Ja, ich war auch Lenny und Edmund. Ja, jetzt schnitt doch mal kurz. Also, Lenny, Charlie, Edmund, das heißt, Zwerge und Kennywanz... Ja, natürlich schon, ja. ... hätten... Oder, wo wart ihr? Ich hab, wie gesagt, ich hab Domelots gemacht in Weapons, da haben mich ein paar gesehen eigentlich. Und dann ging ich runter in Navigation, wo ich eine Task habe, und da hab ich hier die Leiche gesehen und direkt nach ihrem Enden gesehen. Okay, Zweige, was hast du dir runtergelegt? Ich war sogar in der Nähe von Navigation, ich war... Das ärgert mich jetzt nämlich so, dass ich... Und ich war runter auf dem Weg zu dem, was ist unter Navigations, das dort, das... Also, kurz vor Communications dort, ich war schon im Gang. Eigentlich hätte ich's ja sehen müssen, ich war schon, ich war schon, ich war schon hier... Schiels, ich war da schon... Äh, in Events, welcher, welcher Wende ist das? Ich war da schon auf dem Gang, also, ich war kurz runter. Das kannst du Cafeteria. Als ob ich, als ob ich jetzt... Also, mal ganz im Ernst, als ob ich jetzt wieder an derselben Stelle getötet hätte. Das wäre ich doch nicht... Naja, Zwerge... Das ist kein Ex, gib jetzt hier... Sag niemals nie... Das ist ein... Das ist ein... Ja, okay... Dann nehmt's mit denen... Wer voted nicht? Warum voted man jetzt... What? Warum voted man denn Tufels? Warum bin ich wieder so lost hier? Und, äh, warum kille ich ihn an derselben Stelle? Was ist das? Warum mach ich das? Ich muss jetzt hier der Vollsteiglichkeit sein, aber natürlich wieder runter, weil ich da... Da hab ich ne Task. Ich war hier schon auf dem Gang. Oh man, ich bin so schlecht im Taskfälschen. So, ein E-Tri-Kill. Länges hier. Ach, kacke! Zwerge... Ich will das nicht. Ich will das nicht. Was willst du nicht? Ich hab doch gewusst, Zwerge. Was willst du nicht? Du kannst doch wirklich... Du warte doch bitte zumindest, bis ich raus aus Elektrikübchen bin. Dann warte doch bitte. Self-Report. Ja. Ja. Self-Report. Jetzt auf mich schieben. Weil ich vorher... Weil ich in der Runde natürlich vorher schon mal verdächtig war. Und das ist jetzt natürlich... Ja, ich hab verloren. Jetzt schiebt Lenny auf mich den Self-Report. Und dann bin ich jetzt wieder... Und... Er ist jetzt... Also... Ja, aber wenn zwei Leute sich prüfen... Hast du schön die Chance genutzt von... Das ist jetzt nicht die Sache wegen... Also wenn du von dem Toten geproovt wirst, dann kannst du es eigentlich nicht sein. Lenny... Lenny, ich hab dich doch töten gesehen und jetzt nutze die Möglichkeit da jetzt... Weil ich in der Vorrunde Sass war. Es ist doch hier. Ja, stimmt. Es ist. Nein, Zwerge, das würde ich dir nicht antun. Das würde ich dir wirklich nicht antun. Ja, klar. Ja, sicher. Zwerge, gut, dass du mich erwischt hast, aber... Hat Zwerge jemals als Crewman schon mal länger als einer aus Italien? Ja, schon. Der hatte aber eine sehr gute Detektiv-Grunde mal. Aber, naja. Okay, wer hat jetzt Lenny gewartet? Die beiden. Die beiden aus der Wäsche. Absch, sag das doch nicht so offensichtlich, Mann. Wie kann man denn so loszulassen? Es ist wie... Was ist denn das für eine... Ich bin als ob ich jetzt hier schon wieder raus bin. Oh, Mann. So, Rick unterstützen. Jetzt im Poster. Ich könnte mich so selbst. Na komm, Rick, brauchst du Unterstützung. Wie kann ich dir helfen? Taskfälschen. Na, da hätte ich es jetzt zumachen können. Ich hätte es schön killen können, aber jetzt nicht quenden können. Das ist natürlich... Das ist blöd. Wie kann ich dich hier jetzt supporten? Okay, er hat das nicht ausgemacht und wendet. Wohin? Ein bisschen Ablenkung machen. Das Fick, das jetzt hier noch gewinnt. Wird zumindest eine gewollene Imposter-Runde haben. Da ist Lenny unterwegs. Ich muss ja dann irgendwie noch was tun, wenn ich schon so verkacke. Ich muss zumindest noch irgendwie meinem Imposter-Kollegen helfen. Oh, wei. Zack. Äh, Admin. Vorm Admin-Panel. Gibt da mit einer ganz anderen Zeitung. Dann... Wait. Kann die Leiche schon länger da? Nein, eigentlich nicht, weil... Also, ich weiß nicht, was du noch mal reingelaufen nach dem... Ich... Nee. Ich war in Storage Fuel auffüllen. Äh, kurz mit dir in Electrical... Äh, mit Zeri in Electrical. Und bin jetzt, äh, Lower Up Engine gewesen. Ich kann dich eigentlich prüven, du mich nicht. Weil ich ja... Ich kann halt nicht ein Monster. Also, Zeri und Skelbeck haben gerade eben das Licht angemacht. Arno kam dann gerade eben noch so, äh... Ich weiß nicht mehr, aus welcher Richtung du kamst? Aus Shield-Gegend oder aus Admin-Gegend? Irgendwo kamst du her? Admin, ich glaube, ich hatte... Ich weiß nicht mehr, ob ich da noch Kabel so am Ende noch hatte. Egal, ich hatte auf jeden Fall noch was bei Admin. Und dann... Nee, nicht in Admin. Ich glaube, es war bei Storage ungefähr. Sogar. Ich glaube, es war nicht bei Admin. Also, jetzt musst du dich aber entscheiden. Für welche Geschichte du dich jetzt entscheidest, weil... Ich weiß es halt nicht hundertprozentig. Ich war auf jeden Fall als letztes dazugelaufen. Das weiß ich. Also, Skywaker hat erstmal sehr viel in Admin. Dann bin ich erst später hingelaufen. Genau. Deswegen kann ich auf Skywaker prüven, weil der kam nicht nochmal entgegen oder so. Also, ich kann ihn prüven, er mich nicht mehr. Ich würde es auf Skywaker eher ausnehmen, weil ich hab ihn gesehen, wie er Fuel aufgefüllt hat. Also, er stand zumindest da. Und ich bin ja als erstes an Lightfix reingegangen. Und als ich gefixed habe, stand er auch schon da. Was würde ich zeitlich auslesen? Ich war, als das Licht ausging, bei Madbay im Scannen. Und dann ging ich oben lang bei Upper Engine. Und dann, als ich bei Security ungefähr war, als ich die Kabel gefixt habe, ging der Report los. Hatte ich immer noch gesehen? Ja, ich hab ihn gesehen. Ich hab auch gesehen im Admin, dass wir in Madbay waren. Ja, noch kurz einmal gekreuzt, aber wirklich nie. Bei mir war nie jemand. Nur immer gekreuzt. Jetzt ist halt die Frage, ist es Lenny oder Vic? Oder Arno, der nochmal zurückgelaufen ist. Also, ich hab gerade den Zwerge gehalten. Also, ich hab Büsi, glaube ich, das letzte Mal unten im Gang gesehen. Auf dem Weg zu Shields. Äh, bevor du ihn gekillt hast oder danach? Ach, keine Ahnung. Also, ich bin nochmal nach rechts gelaufen, weil ich gesehen hab, ich hab doch noch mal das H2O2. Das ist blau. Und dann bin ich oben lang gegangen, über Captaria, bin dann zum Admin-Panel. Also, beziehungsweise wollte zum Admin-Panel. Und da lag die Leiche. Also, Arno würde ich aber auch nicht ganz aus der Sache ausschließen. Ja. Weil, ne? Licht und so, schwierig. Vor allem, er meinte halt, er kam aus der Abbrüche. Ja, also, für mich macht's keinen Sinn, zu killen, wo ich oft gesehen wurde oder so. Aber wait, was ist? Es hat ja niemand anders Zwerge killen sehen, oder? Hm, nee. Naja, aber davor, die Runde war doch Orange, was hast du, oder? Ja, aber es kann ja auch sein, dass du halt self-reported hast und ihn quasi so... Aber, nein, Charlie hat doch, ähm... Fake, was, bitte? Charlie hat den ersten, also den ersten Mord, der wahrscheinlich von Zwerge gemacht wurde, da hat sie doch Lenny geprüft, dass sie ihn, also, dass sie im Atem war. Frichtig, und wenn Lenny dann Charlie umgebracht hat? True. Ja. Unbedingt. Zwerge hat Charlie umgebracht, natürlich. Dritte Person. Die erste Runde, die ich wahrscheinlich nicht mit aufgenommen hab. Ja. Ganz kurz, keine Ahnung, ob ich einfach nur lost bin, oder es lagged oder so, aber ich bin gerade oben lang gelaufen, um den rechten O2 zu fixen, da kam mir auch Sky entgegen. Dann bin ich wieder nach oben gegangen und dann stand Lay auf einmal in Weapons. Also so, als hätte er... Nee, der stand da schon vorher. Achso, okay, gut, dann war das ein Lag. Okay, weil, das hat mich gerade irgendwie verwundert, weil ich war noch in Weapons, gehe runter. Gehe wieder hoch, auf einmal steht da Lenny. Aber kann sein, dass es einfach ein... Ja, ich hab den da schon vorher gesehen. Ja. Also, wollen wir noch talken, oder... Es gibt... Ja, können wir gerne machen, wenn ihr... Also, ich weiß noch nicht, ob wir noch was zu talken haben. Also, die Sache ist halt, ich, äh, ich persönlich... Also, klar könnte es von Vic vorhin halt ein Safe-Report gewesen sein, ich... Boah, keine Ahnung, ob Vic sowas macht, aber ja, könnte sein, weiß ich nicht genau. Skybreak und Zeri fühlen sich relativ safe an. Anno, äh, Quatsch, äh... Kenny, wenn es eigentlich auch, wenn er jetzt wieder in der letzten Kill vorhin noch... Also, das kann es ja nur Lenny sein. Oder hast du Fieber, lass uns mal kurz bitte von Ellie testen. Also, dass du sagst, dass ich safe bin, das sagst du, wenn man aus deinem Mund kommt. Da kann ich noch nicht stimmen. Nein, aber... Nein, mit dem Kill vorhin in... Nein, pass auf. Also, sagst du, es besteht die Möglichkeit, dass es doch noch zwei Imposte sind, oder weh? Ne, das ist offenbar... Ne, nein, 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 nein. Zwergi hat vor meiner Nase von, äh, Charlie... Ja, das war eine sauntblöde Nummer. Das war, äh, das ist ein klares Ding. Das ist dumm alles. Ich hab gedacht, der war schon raus, und dann kann man nochmal zurückgründen. Oh nein, ja, wie gesagt, meine Theorie, aber ich glaub halt nicht, dass, dass Lenny jetzt soweit gedacht hätte, no front, aber, äh, dass er in der ersten Runde, also, das wär auch übelst lucky, weißt du, äh... ...proovt sich mit Charlie, äh, Zwergi, ist schon in der ersten Runde, sass, killt dann Charlie, um's auf Zwergi zu schieben. Das war halt meine Vermutung noch. Aber ich glaub, da gehört halt auch so viel Glück zu... Ja, er hatte die erste Leiche nochmal gefunden, das war Kenny. Die erste war ich, ja, in Navigation. Wo warst du denn, äh, bei den Up-Mail-Kill, nochmal? Da war ich, wie gesagt, ich war in Mad-Base-Gan, und dann ging ich links, low, äh, Up-Ranch in. Habe ich ausgerichtet den Ding, dann ging ich bei Security, Kabel-Fix, und dann kam der Report. Okay, ne, sicher, dass du grad bei Kabel-Fixen warst? So blöd, ey, so. Ja, war er. Admin-Kill, ja, war ich, ja, sorry, hab ich da gesehen. Genau. Äh, ja, das, äh, Anno, standst du aber ein bisschen langer Nightmare, ne? Waren denn? Ja, vom, für ein O2-Fix. Ja, ich brauch generell lange, also, das, darauf könnt ihr euch verlassen, dass ich einer sehr langsinnig bin. Also, sehr, sehr, sehr. Ich hab mich erstmal gut auf Skywalken. Ja, gut, wir hatten jetzt noch Tasks. Ich hab noch zwei Tasks. Oh, warte, 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 warte. Du hast mich fertig hingehabt, hast du direkt weggegangen, dann? Ja, ich muss bei Mad-Base-Gan, das abholen. Also, Savi, du hast mich gesehen, bist direkt weggegangen, also, weil ich hab dich nicht gesehen, als ich fertig war. Ich war in Camps. Achso, okay. Boah, sonst. Ja, boah, ihr seid einfach zu Hause. In den Camps. Ich war im Campen, hey, hey. Also, wer denkt, die Runde mit, da, wo ich Lenny als Imposter gedeckt habe, und den zweiten, also den Felix, auch noch als Imposter gedeckt habe. Das war meine schlechteste Runde. Der täuscht sich. So, ein bisschen Reaktor hier. Das muss der Weg natürlich auch hin. Ah, das ist jetzt Sass, weil er zu spät kam. Sorry. Stellt sich jemand blöd an. Ah, kann ich hier schließen? Oh, jetzt, das macht jetzt Wixer, Sass. Der nutzt doch die Möglichkeit. Nee, Kenny, Kenny Vance steht da vor. Jetzt muss er. Ach, kacke. Ich wollte halt helfen. Na komm, gehst du zur Elektrik, da kann ich dich... ...mit allen deinen Sperren. Na, sehr schön. Oh, nein. Jetzt hat er wieder von den Augen von Lenny getötet. Hä? Warte, wann, wo? Sehe ich das richtig, dass... Es ist wieder diese Zeit. Nein, bitte nicht. Jetzt Deckel-Time. Und Vic hat vor den nächsten Schnauzen gekillt. Diesmal kann es nicht nur Vic sein. Nein. Habt ihr, ähm, gleich hier gefallen ist, oder, also, ist es direkt eben gerade... Ich hab nur diesen Report noch gesehen. Oi, 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 warte, 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 ich glaube, ich kann es auflösen. Wer ist gerade eben in Elektrik gerade jetzt rein? Ja, ich, deswegen, du bist mir in die... Genau. So, das heißt, Lenny, Vic, Sari standen annehmen. Äh... Ich stand da nicht. Ich stand immer noch in den Ätten. Dann ist es Vic. Wer jetzt? Dann glaube ich, dass es Vic ist. Sari und Skyraker laufen die ganze Zeit umher. Ich glaube nicht daran, dass... Hey, Sari, du bist über's der Wünschtung. Als ob ich einfach... Als ob ich vorhin in die Schnauze klirre, als ob Vic und danach nochmal... Als ob das zweimal passiert. Ich stehe ab mit. Ich hier mal in den Outmint. Das... Kann das immer bezeugen. Okay, wie viele Leute hast du in, äh... In... Vorhin in die Schnauze. In Lower Angel. Das ist doch alle vier. Lower Angel. Nee. Ach, Lower Angel, da war einer. Okay, pass. Ja, dann... Anu muss von Lower Angel gekommen sein. War vorher in Security drin. Das passt dann. Das heißt... Ich bin... Ich bin legit gerade, wo der Kill passiert ist, bin ich zurückgelaufen, weil ich dachte, es liegt eine Leiche in Lower Angel. Schmerzhaft. Die Runde tut weh. Ja, und dann... Da hab ich mir auch bedarf, dass ich sagen kann. Ich bin gekillt, aber im Weg. Also, ich würde jetzt mal für Lanny voten, weil ich meine halt, auf gelb gesehen zu haben. Aber wenn du sagst, du warst... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Weißt du mal, wer kann denn alles für den Atmen killen fragen? Ich war für kein anderer... Ah, Lenny hat mich getötet. Das ist... Lenny ist auf jeden Fall. Für mich kommt... Ich versuch noch, Lenny zu beschuldigen. Wenn Arno mir in den Kick bekommen wird... Wir haben verloren. Ach, no, in Frage. Wir haben verloren. Ich bin da gerade weggegangen, als... Ja, das ist halt das Problem, Lenny. Das ist halt das Problem. Also, wenn es wirklich Zwergi war, dann... Schlimmer, oder? Das würde gar keinen Sinn ergeben. Also, wir könnten auf Risiko voten, weil... Also, Bezwege sind wir uns alle eigentlich sehr sicher, ne? Ja. 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 Also, wenn ich gesagt habe, ich habe diese eine Theorie, aber ob Lenny... Skybacker Int jetzt nicht rein, es sei denn, du bist im Poster, dann darfst du das, dann ist mir das egal, aber wirklich. Ich schwöre, wenn ich weiß, auch wenn ich dritter Imposter bin. Das ist auch als fünfter, ich muss mir hinschauen. Ja, ja, ich vor Weg. Wen hast du jetzt, Weg? Ja, ich wohnt gelb, weil ich meine wirklich gelb gesehen zu haben. Oh, Skybacker hat auch bezeugt, dass ich noch ein Advent stehe. Ja, aber das ist doch so. Ja, aber du bist jetzt vor mir gegangen und, hey, ich stehe immer noch da. Wie kann denn das, wie ist das da? Das ist doch hier nicht die Möglichkeit. Als ob Vic jetzt auch noch rausgewählt wird. Als ob, als ob, Leute, als ob jetzt, als ob ich vor, als ob ich vor Lennys Schnauze kille und Vic dann auch noch vor Lennys Schnauze kille. Das ist zweimal nacheinander, wie geht denn das? Ja, blick war schon asi, Alter. Wie geht das denn? Wie geht das denn? Und wie Vic dann noch, wie Vic den selben Fehler auch noch mal macht und vor Lennys Schnauze. Das ist Lennys Schnauze. Als ob. Das geht doch nicht. Vic hat eigentlich alles richtig gemacht, fand ich. Er ist wieder mit mir ganz viel rumgelaufen. Ich hab ihn sehr gut betraut, muss ich sagen. Das geht doch nicht zweimal in der Runde, den selben Fehler zu machen. Das kann halt locker sein, dass Vic einfach die ganze Zeit, wie er mit Anno rumgelaufen ist, um sich am Anfang Alibi aufzubauen, um dann am Ende halt richtig reinzuschepern. Ich brauche jetzt, ich brauche jetzt noch eine Coup-Mate-Runde. Ja, ne, das wäre schon relativ am Anfang so gestorben ist und ich auf dem Handy einfach kein guter Imposter bin. Das klingt zwar wie eine Ausrede, aber ich kann irgendwie nicht so richtig laufen und gleichzeitig killen, das fällt mir auch speziell viel leichter. Also im Vergleich zu mir warst du gerade ein sehr guter Imposter. Die Steuerung ist einfach sehr viel einfacher. Ja. Also ich brauche jetzt einfach noch mal eine Coup-Mate-Runde, ansonsten kann ich heute nicht schlafen. Es ist schmerzhaft. Guck mal, du hast letzte Rotation auch vier Runden gemacht. Ja, genau. Wir haben immer noch nicht unsere Imposter-Runde gehabt. Benni, ich war seit 13 Runden schon wieder keine Imposter. Ja, und scheiß drauf, wenn ich jetzt Imposter werde, ich stelle mich, dass es mir zu viel... Bitte nicht, bitte nicht wieder mich entdecken. Mannschaft 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 Diagnosed